Letztes Jahr habe ich zwei Videos gemacht zum Baitcast-Angeln. Die kamen beide richtig gut an, das heißt, ich merke, ihr habt auf jeden Fall Bock auch auf Baitcast-Geschichten. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal, ja, vielleicht ein paar Videos darüber, was man mit der Baitcast alles so machen kann, was man gerade mit der Spinnrute bzw. Spinnrolle nicht machen kann. Heute soll es das erste Video dazu geben. Und zwar geht es darin darum, wie man zum Beispiel unter solche Dinger hier runterwirft oder unter überhängende Bäume oder all solche Sachen. Wenn ihr das vielleicht schon mal in einem Video gesehen habt, sieht super geil aus und macht auch irgendwie Bock. Man kann es auch machen, wenn es gerade mal nicht läuft und man einfach nur ein bisschen Spaß mit der Route haben will und da so ein bisschen Waffen üben will. Wie das Ganze heißt, wie es funktioniert, was man dafür braucht und so weiter, das zeige ich euch gleich vom Boot aus. Normalerweise könnte man es auch vom Ufer machen, aber wir angeln vom Boot ans Ufer ran. Wir machen uns ready und dann geht's ab. Die Methode, um die es heute gehen soll, haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen, ist das Skippen. Skippen ist im Prinzip einfach das Gleiche, was man mit einem Stein kennt, was ihr vielleicht schon mal irgendwo am Strand beim Baden gemacht habt oder so. Ihr habt einen Stein, der ist möglichst flach und den flitscht ihr so über die Oberfläche, sodass er möglichst oft auf der Oberfläche aufkommt. Jetzt ist die Frage, warum soll man das mit einem Köder machen? Was hat das für einen Sinn? Erstens, ich habe mal gehört, dass die Amis das zum Beispiel machen, weil es leiser ist. Das heißt, der schlittert so langsam über die Oberfläche und platscht nicht auf einmal laut ins Wasser, was einen West, der irgendwo steht oder in unserem Fall halt ein Barsch oder Hecht verschrecken könnte. Zum anderen ist es, dass ihr irgendwo runterkommt, wo ihr sonst nicht runterkommt. Das heißt, in irgendwelche Kanäle rein zum Beispiel, hatte ich schon ein paar Mal in der Stadt. Oder unter irgendwelche Bäume runter, die übers Wasser hängen. Oder unter Stege runter, die im Wasser stehen und so weiter. Da unterstehen natürlich häufig Fische, das heißt Barschen und Hechte. Das sind eigentlich so die Hauptziele, die ihr damit erreicht. Ich habe bisher wahrscheinlich am meisten Hechte so gefangen, weil häufig doch so an überhängenden Bäumen auch Hechte stehen. Ich sage mal so, in Deutschland nicht so extrem wichtig, wie vielleicht bei den Amis oder irgendwo, wo man eben auf Bass angelt. Aber trotzdem eine geile Sache und außerdem sieht es super geil aus. Das heißt, wenn man so einen schönen Wurf über die Oberfläche macht, dann sieht es einfach fett aus. Dann kommen wir als erstes zu dem Tackle, was ihr dafür braucht. Ich habe jetzt hier unseren Prototypen von der Baitcast. Das heißt, die wird die Pitchcast. Wie gesagt, gibt es noch nichts. Noch ein Prototyp, das ist auch die leichtere Variante. Wir machen die etwas schwerere. Spielt aber keine Rolle, kommt eh auf die Ködergröße an, die ihr nehmt. Das heißt aber so eine 21-Gramm-Route, schön kurz, das ist wichtig. Das heißt, unter sieben Fuß am besten mit langen Routen habt ihr da Schwierigkeiten, euren Köder wirklich irgendwie irgendwo hin zu koordinieren. Je länger die Route ist, umso schwerer. Deswegen ist hier so etwas Kleines, Leichtes, um die zwei Meter eigentlich super. Als Rolle habe ich hier drauf jetzt eine Diver Steeds SVTW. Ist halt meine BC, die ich am liebsten zum Werfen habe. Kommt drauf an, wovon ihr da ein Fan seid, ob es ein Diver oder Shimano oder was auch immer ist. Je nachdem ist natürlich auch das Bremssystem anders. Das heißt, hier bei Diver mache ich hauptsächlich die Regelung über die Magnetbremse. Wäre es jetzt zum Beispiel die Shimano, macht man vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Fliehkraftbremse. Dann eine geflochtene Schnur hier drauf. Absolut nicht die richtige Wahl eigentlich. Ich habe hier eine 8-fach geflochtene drauf. Würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde euch eher was 4-fach Geflochtenes empfehlen oder sogar eine Mono. Das heißt, gerade wenn ihr das wirklich üben wollt und lernen wollt, dann nehmt ruhig eine Mono. Denn die hat weniger Memory-Effekt und ist vor allem nicht so teuer wie zum Beispiel ein Fluorcarbon. Oder eben natürlich auch eine geflochtene. Mit Mono funktioniert das Ganze noch deutlich geiler. Wenn ihr, wie gesagt, dann mit Geflochtenen angeln wollt, weil ich halt auch normalerweise eher ein Fan von Geflochtenen bin, dann lieber eine 4-fache und am besten für den Anfang keine so teure. Von der Stärke her, wie immer, angepasst halt an eure Kombo. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine 14 Lips drauf. Also 14 Pfundschnur. Vorfach spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es geht ja nicht darum, wie irgendein Köder führt oder so. Ich habe ein Fluorcarbon dran. Ganz normal mit einem Snap. FG-Knoten. Ach nee, ist gar kein FG-Knoten. Ich wollte mich weilen. Das ist so ein anderer Billo-Knoten. Ein Köder, in dem Fall hier ein FSI, geht hauptsächlich darum, dass ihr irgendwie was Großes nehmt, was eine große Auflagefläche hat. Das Ding ist wirklich super zum Üben. Kann ich euch sehr empfehlen. Irgendwas Dickes, Rundes, was eben gut über die Oberfläche gleitet. Und dann auch noch Weightless. Ich zeige euch nachher auch nochmal, dass es auch mit einem Jig ganz gut funktioniert. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel schon einen vorbereitet, hat halt der gleiche Köder, auch wieder eine große Auflagefläche mit einem Kopf dran. Je schwerer der Kopf wird, desto schwieriger wird es. Das heißt, ich würde eher so eine Viertelunze nehmen oder was in dem Dreh. Fünf Gramm sind das jetzt hier, glaube ich. Und nicht gleich mit einer halben Unze anfangen oder so. Das ist ein bisschen fett. Und normalerweise angelt ihr ja auch flach unter so einem Baum. Das heißt, Weightless ist eigentlich eh das, was ich am häufigsten nehme. Manchmal mache ich noch so einen kleinen Nail-Sinker hier vorne rein. Das heißt, einfach nur so ein kleines Gewicht, was da noch mit reinkommt aus Tungsten, was den Ködern ein bisschen beschwert. Was auch richtig gut funktioniert, ist sowas hier. Das ist jetzt so ein fetter Krebs, der natürlich auch eine super große Auflagefläche hat, die schön über die Oberfläche rutschen kann. Das ist auch eine geile Sache, auch Weightless, beziehungsweise mit einem kleinen Tungsten-Nail-Sinker oder auch mit einem, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel mit einem Offset-Haken mit Blei dran. Ganz normal funktioniert auch alles. Aber zum Üben, wie gesagt, so eigentlich ganz gut. Was ihr auch noch gut nehmen könnt, sind Jigs, die von der Form so sind wie der hier. Das heißt, die unten so abgeflacht sind. Der allerdings hier mit einem Offset-Haken lose hinten dran, finde ich nicht ganz so geil. Ist in dem Fall auch ein Shatterbait. Aber Skirt-A-Jigs mit so einer abgeflachten Kopfform. Gibt sogar noch abgeflachtere. Ja, das war es eigentlich soweit zum Tackle, was ihr braucht. Wie gesagt, am besten große Köder mit einer großen Auflagefläche, die schön übers Wasser rutschen, wie eben auch so ein Stein, den ihr übers Wasser flitscht. Wie man die Rolle einstellt, also die Bremse der Rolle einstellt, wie man dann letztendlich wirft und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch gleich. Wie gesagt, die Bremseinstellung ist natürlich ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Wenn man jetzt hier so wie ich eine 8-fach geflochten hat, dann muss man die Bremse sogar noch weiter zumachen, als man sie sonst vielleicht zumachen müsste. Prinzipiell kann man sagen, als Anfänger, also wenn man wirklich mit diesem Skippen gerade erst startet, dann sollte man sie ein bisschen weiter zumachen. Letztendlich ist es aber einfacher mit einer weiter geöffneten Bremse, das heißt, je nachdem, was ihr für eine Bremse habt, Fliehkraft oder Magnetbremse oder weiß der Kuckuck, es ist halt einfacher, die dann weiter aufzumachen, weil der Köder natürlich sonst keine Schnur von der Rolle ziehen kann. Aber dadurch, dass ihr ja immer abrupt abstoppt, das heißt, wenn ihr jetzt das noch nicht drauf habt, sage ich mal, das erste Mal versucht und den Köder erstmal einfach voll ins Wasser knallt, dann habt ihr, wenn die Bremse offen ist, gleich ein Riesenvogelnest und dann schon gar keinen Bock mehr. Also würde ich euch, wie gesagt, raten, die Bremse erstmal relativ weit zuzumachen. Ich habe jetzt hier eine Einstellung bis hoch auf 20. Wenn ich die hoch auf 20 mache, komme ich allerdings nicht mehr so sehr weit. Ich mache sie jetzt hier mal so auf zwischen 18 und 16, also 17 quasi. Habe dann die Bremse eigentlich richtig eingestellt für den Anfang. Wie gesagt, wenn man dann das eine Weile gemacht hat, kann man sich auch noch hocharbeiten und die Bremse immer weniger, also immer mehr rausnehmen. Dann kommt es natürlich darauf an, dass ihr die richtige Bewegung macht und dann im richtigen Moment loslasst. Das heißt, die Bewegung könnt ihr eigentlich, also es gibt mehrere Varianten, wie ihr es machen könnt. Man muss dann ein bisschen gucken, was einem am liebsten ist. Ihr könnt entweder wirklich richtig so werfen, mit dem Arm und der Rute eigentlich die Bewegung machen, die dann euer Köder auch machen soll. Das heißt, auf der Höhe schon so bleiben. Oder ihr startet weit unten und geht dann nach oben. Das heißt, ihr macht so eine rollende Bewegung. Das ist eigentlich das, was die meisten Tutorials immer sagen, dass man hier so eine rollende Bewegung macht. Am besten auch den Arm gar nicht so weit vom Körper weg, sondern einfach hier so an der Seite und dann eben die rollende Bewegung, um dem Köder die Richtung zu geben, die ihr wollt. Das heißt, einfach so und so. Wichtig ist eben, dass ihr weit unten startet und dann nach oben rausgeht. Also rollend unten starten, oben rausgehen und dann kommt ihr eigentlich auch auf die Bewegung, die ihr braucht. Dann könnt ihr das Ding unter euren Baum oder euren Steg oder was weiß ich runterfeuern. Die andere Bewegung ist diese, wo ihr mit der Rute das macht, was dann euer Köder danach auch machen soll. Also einfach in dem Winkel bleibt, den ihr da habt und dann eben da hoffentlich auch hinkommt, wo ihr hin wollt. Finde ich eigentlich ist die bessere Variante. Also ich komme besser klar damit, wenn ich diese Bewegung mache so, als wenn ich die rollende Bewegung komplett nur aus dem Arm mache. Das ist eben Geschmackssache. Die meisten Leute, wie gesagt, raten euch eher zu der Rollenden. Ich habe es aber irgendwie so gelernt und deswegen mache ich es jetzt auch immer so. So, ich mache mir hier meine Bremse jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter auf. Ich stehe sie nur auf 10 von 20, also die Hälfte. Dann ist wie gesagt noch der Winkel ist entscheidend und der Moment, wann ihr loslasst. Das heißt, das war jetzt im Prinzip beides richtig. Also richtiger Winkel und richtiger Moment, in dem man loslässt. Ihr solltet halt versuchen, dass der Köder eben wirklich über die Wasseroberfläche rutscht, deswegen auch ganz nah ruhig mit der Rute an die Oberfläche gehen. So funktioniert auch super vom Ballyboot, wo ihr dann zum Beispiel halt super nah über der Oberfläche sitzt, weil ihr eben schon ja die richtige Höhe habt. So müsst ihr mal erstmal auf die Höhe runter, wo der Köder, der muss ja rüber rutschen über die Oberfläche. Deswegen, wie gesagt, braucht man halt auch die Hutenspitze nah am Wasser. Hier, ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Cam, aber es ist natürlich super flach, also absolut sinnlos darunter zu werfen. Da wird kein Fisch stehen, aber so sieht es ja nun mal nicht überall aus. Wie gesagt, so einfach ein bisschen aus Spaß kann man es auch mal zum Zeitvertreib machen. Ach, und da kam sogar ein Barsch hinterher, aber genauso groß wie der Köder. Also, zack, da runter. Auch kein Problem, wenn ihr da mal einen Backlash habt. Ich habe selber dabei ständig Backlash. Also es ist absolut natürlich, dass ihr hier erstmal einen kleinen Fitz auf der Schnur habt. Dass sich die Spule so leicht überschlägt, habe ich auch wirklich fast jedes Mal. Das heißt, jetzt hat es sich auch ein bisschen überschlagen. Dann ziehe ich halt so das Stück raus und dann kann man wieder ganz normal ankurbeln. Hauptsache, man hat halt nicht einen riesen Backlash, aber wie gesagt, am Anfang wird es auch vorkommen, dass ihr einen größeren Backlash habt. Dann zieht man halt raus und macht ihn weg, wie fertig ist. Ich zeige euch das dann jetzt hier an der Stelle auch nochmal nicht weightless, sondern mit einem Köder mit Gewicht, also mit einem Jig. Wenn ihr dann mehr Gewicht nehmt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch die Rolle ein bisschen weiter zumachen wieder. Das heißt, die Bremse wieder ein bisschen weiter zumachen als mit einem Weightless-Köder. Prinzipiell halt auch einfach nur eine Sache der Übung. Wenn man das bei uns eben eigentlich nicht braucht, dann übt man es halt normalerweise, logischerweise auch nicht besonders viel. Und deswegen gibt es halt auch so wenig Leute, die das machen und die das können. Eine coole Spielerei, aber man braucht es eben nicht ganz so oft wie irgendwo bei den Amis oder in Japan oder Spanien oder irgendwo, wo man halt Bassangeln geht und wo die Fische eben dann an den Stellen stehen, die man nur so erreicht. Ein bisschen was anderes ist ein Pitch-Skip, das heißt, das eine heißt Skippen, was wir vorher gemacht haben, das andere ist Pitch-Skippen oder einfach nur Pitchen. Da startet ihr quasi mit dem Köder aus eurer Hand, das heißt, ihr nehmt ihn so in die Hand, am besten hinterm Haken immer, damit ihr euch nicht selber haken könnt. Jetzt hier bei dem Upside-Haken ist es nicht so schlimm, aber normalerweise immer besser, gerade bei Jigs, wenn ihr den hier hinten greift. Ihr habt dann natürlich ein viel längeres Stück Schnur, was ihr in der Hand haltet. Das ist fast so lang wie die Rute. Und da spannt ihr quasi ein bisschen richtig mit der Hand hier eure Rute und dann macht ihr eben diese Bewegung, um diesen Pitch-Skip zu machen. Einziger Unterschied, dass er aus der Hand startet und eben quasi einen Unterhandwurf macht unter diese überhängenden Hindernisse. Hier jetzt zum Beispiel auch gerade mal eine Stelle, da hatte ich gerade sogar einen Biss. Tatsächlich, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich immer meinen Köder ganz schnell eingekurbelt. Und hier einmal runter mit einem Paddle-Tail, ziehe ich mit dem Krebs und zack, ist direkt ein, wahrscheinlich Hecht oder ein Barsch oder so, auf den Köder geschossen an der Oberfläche. Aber normalerweise, sage ich mal, ist das wirklich eine Methode, die habe ich in meinem ganzen Angler-Dasein, gut, ich mache es jetzt auch noch nicht so lange, vielleicht vor zwei, drei Jahren das erste Mal probiert, habe ich die einmal reell gebraucht. Das weiß ich noch, das war an einem See, gar nicht so weit weg von hier. Da hängen ganz viele Bäume über Wasser und mir war langweilig mal wieder. Ich habe nichts gefangen, habe einfach den Köder da so aus Langeweile immer unter die Bäume geskippt, so wie hier, wo ich auch dachte, da wird eh nichts passieren. Und dann habe ich ein Hecht nach dem nächsten gefangen. Das war auf jeden Fall eine geile Nummer, hat halt mal richtig Spaß gemacht, vor allem, weil es an dem Tag einfach gar nicht lief. Und es war super heiß und die standen eben im Schatten unter den Bäumen. Und so habe ich dann ein Hecht dann nach dem anderen rausgefügt, natürlich kleine, aber gerade mit so einer Methode macht es dann auf jeden Fall schon Bock. Und wenn ihr so eine Gewässer habt, wo irgendwie die Begebenheiten so sind, dass man es da anwenden kann, dann solltet ihr es auf jeden Fall probieren. Oder ihr habt eben vor, auch mal Schwarzbarschangeln zu gehen oder sonst was. Oder ihr wollt einfach nur am Wasserkohl aussehen mit so einem schönen Skip und da irgendwelche Hindernisse runter. Dann, wie gesagt, so probieren, wie ich es euch gerade gesagt habe. Ich bin, weiß Gott, kein Profi darin. Das heißt, ich übe das einfach mal, ja, ab und zu mal, wenn mir halt richtig langweilig ist. Dann meistens auch auf irgendwelchen freien, offenen Wasserflächen, weil ich eben nicht immer so eine überhängenden Bäume da habe. Ihr könnt es auch in einer Wohnung üben. Da könnt ihr genau die gleichen Methoden machen. Einmal dieses Skip, äh, Pitch, Skippen und das normale Skippen. Einfach nur mit einem, mit einem relativ leichten Blei oder so über den Boden rüber. Geht am besten dann natürlich mit Parkett oder mit, ja, ich gebe euch nicht zu viele Zipps, ich kriege Ärger von euren Eltern. Ist auf jeden Fall auch eine lustige Sache, habe ich auch schon manchmal gemacht, zu Hause überall so unter die Schränke runter oder so. Ist natürlich wesentlich einfacher, aber ihr habt im Prinzip trotzdem diesen Effekt, dass euer Köder auf einmal abstoppt und ihr könnt ein bisschen üben, dass ihr keine Backlashs bekommt. Also, ganz coole Sache, wenn man wirklich richtig langweil hat. Das war's mit dem Skip-Tutorial. Versucht es auf jeden Fall zu Hause. Wie gesagt, kauft euch nicht die teuerste Schnur, sondern nehmt erstmal irgendeinen Rotz, den ihr verballern könnt. Sonst ist es halt schade, um die Schnur, beziehungsweise ums Geld dann ausprobieren. Mir auf jeden Fall schreiben, ob es funktioniert hat. Wenn nicht, dann weiterprobieren, denn das ist der Schlüssel bei dieser Methode zum Erfolg, um irgendwann skippen zu können. Einfach immer, 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 immer wieder probieren. Normalerweise hat man schon nach, wenn man sich eine Stunde Zeit nimmt, dann hat man nach der Stunde schon ein paar Skills, ja, und kann so ein bisschen damit beim nächsten Mal. Ihr solltet auf jeden Fall dieses Video liken, wenn es euch gefallen hat. Dann solltet ihr es auch liken, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann solltet ihr den Kanal abonnieren, uns unbedingt auf Instagram folgen, Pablo Bescoba. Und, ah ja, bei ZEC natürlich meinen Code nicht vergessen. Übrigens, mit den Wilsons und den Dudes geht das auch halbwegs gut. Die sind halt nicht so groß von der Auflagefläche, aber geht auch gut. Und mit denen habe ich auch unter dem Ding da gefangen. Einmal, also in dem See, unter den Bäumen, einmal mit dem Softjerk Wilson, einfach nur Weightless und mit dem Dude. Also, ausprobieren, nachmachen, alles, was ich gerade schon erzählt habe, nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war es mit Angelmaximal. Haut rein. Ciao.